Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Hüter der Erinnerung von Philip Neuss. Eine zukünftige Gesellschaft hat sich in ein Reservat zurückgezogen. Und das soll das Paradies sein, das aber niemand verlassen darf. Das Szenario ist vielversprechend. In dieser Gesellschaft ist nichts mehr erlaubt, was von der Norm abweicht, weil alle gleich sein sollen. Es darf auch keine emotionale Ungleichheit geben. Das heißt, die großen Gefühle, Liebe, Angst oder auch Schmerz, all das ist eliminiert worden. Das darf es nicht mehr geben, damit alles in einem harmonischen Einklang herrscht. Es gibt auch keine Geburten mehr. Geburten tun weh und überhaupt das Zusammentreffen von Mann und Frau gestaltet sich schwierig, also entscheidet man sich für künstliche Reproduktion. Und auch die Alten, die funktionieren natürlich in solch einer Gesellschaft nicht mehr, die werden einfach abgeschafft. Das sind überflüssige Menschen. Die Sprache muss ganz präzise sein. Sie darf nicht von diffusen Gefühlen oder von irgendwelchen transzendentalen Begriffen reden, sondern das muss eine ganz funktionale Sprache sein. Selbst die Farbe wurde abgeschafft, weil sie zu vielseitig ist. Und deswegen ist der Film am Anfang auch in schwarz-weiß gehalten. Ja, das ist eine Uniformität, ein Totalitarismus der Superlative, in dem eigentlich nichts mehr möglich ist, in dem es auch keine Erinnerung mehr gibt. Die Erinnerung an die Vergangenheit, an grausame Geschichte, aber auch an die glücklichen geschichtlichen Momente, an die Weltliteratur, an die Musik und all das, all das ist abgeschafft. Es gibt nur noch einen Hüter der Erinnerung. Man weiß gar nicht genau, warum es den überhaupt gibt. Der überall das wacht, der befindet sich in einem Haus, das ist eingerichtet, wie man das aus einem Jane Austen-Film vielleicht kennt. Und dort gibt es auch ganz viele Bücher, die natürlich nie gelesen werden, die rein dekorativ da stehen. Und dieser alte Hüter, der sitzt da und wacht über die Erinnerungen. Der ist aber schon sehr alt, muss also bald abgelöst werden. Und dann kommt ein junger Hüter, Jonas, der geht zu dem Alten und der lässt sich nach und nach alle Erinnerungen zu sich transportieren. Also was die Welt einmal im Innersten zusammengehalten hat. Und dann wundert er sich doch sehr, dass es da doch sehr schöne Momente auch gab. Es gibt Erinnerungen an Schlittenfahrten, an irgendwelche Tiere, an bunte Stämme in Afrika und so weiter. Und das sei doch sehr schade, dass es all das nicht mehr gibt. Er beginnt also zu rebellieren gegen diese uniforme Welt. Wir brauchen Vielfalt und zu viel Gleichheit ist nicht gut. So lautet die Botschaft des Films. Der Film ist jedoch genauso langweilig wie die Welt, die er beschreibt. Ja, er tappt in seine eigene Falle. Er produziert nämlich nur Gleichgültigkeit, ist wenig spannend und emotional überhaupt nicht. Die Gleichförmigkeit des Films hat einen Grund. Es wird sich nämlich nicht die Mühe gemacht, zwischen Gleichheit und Gleichmacherei zu unterscheiden. Eine Politik der Gleichheit, die sich für die Rechte aller einsetzt, ist ja wünschenswert. Eine Politik der Gleichmacherei aber, wie wir sie heute eben gut beobachten können, und da können wir ganz deutliche Parallelen in dem Film sehen. Die sorgt ja gerade nicht dafür, dass die soziale Ungleichheit abgeschafft wird. Ja, man kann ja auch beim Kapitalismus sehen, dass der natürlich auch ein großer Gleichmacher ist. Wir können in alle großen Städte fahren, Hamburg, Paris, Berlin, egal wo wir sind. Alle Städte sehen im Prinzip gleich aus. Also das ist eine Gleichmacherei, aber hat eigentlich nichts mit Gleichheit zu tun. Die Botschaft des Films ist daher überhaupt keine politische, sondern, und das ist das Gefährliche, eine allzu menschende. Der alte Hüter spricht nämlich immer wieder von der Liebe und der sagt, ja, es gab damals grausame Dinge und man sieht dann auch ein paar Kriegsbilder oder dann wird ein Elefant erschossen und ein bisschen Geschichtskitsch wird uns vorgeführt. Aber die Liebe, die ist doch so wunderbar zwischen den Menschen und so weiter und so fort. Und da hat im Prinzip die Chefin der Gesellschaft, die von Meryl Streep gespielt wird, im Prinzip vollkommen recht, wenn sie sagt, ja, diese Liebe bringt überhaupt nichts. Denn diese Liebe ist auch keine politische Kategorie, die tatsächlich irgendeine Koordinate verschieben könnte, sondern das ist eine diffuse Menschenliebe, ein bisschen miteinander. Der Dalai Lama würde sagen Achtsamkeit, aber diese Liebe bewirkt politisch überhaupt nichts. Selbst grausame Diktatoren liebten ja ihre Frauen, ihre Kinder oder ihre Schäferhunde. Dieses Gewäsch vom Zwischenmenschlichen Einerlei ist höchstens etwas für Sonntagsreden. Mit diesem Geschwätz von Liebe kann man eigentlich jede Ausbeutung, jede Art von künstlicher Reproduktion, jeden Krieg ja im Prinzip alles irgendwie rechtfertigen. Und anschließend singt man dann gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht. So geschieht es tatsächlich in diesem Film. Das ist eine Scheinsolidarität, die die eigentliche Ungleichheit vergessen lässt. Die eigentliche Frage, die der Film nicht zu stellen vermag, müsste ja lauten, warum ist unsere Welt so scheinbar bunt und trotzdem ist so eine große Gleichmacherei am Werk? Aber der Film bedient sich eben dieser gleichmachenden, ewig gleichen Bilder, wie wir sie alle schon tausendmal gesehen haben, wenn es um die Erinnerung geht. Nämlich die Erinnerungen, die da an die vergangene Welt hochkommen. Das sind alles Bilder, die man aus Werbekatalogen kennt. Das ist Folklore aus dem Reisekatalog, Impressionen aus aller Herren Länder, wie man sie bei jedem Facebook-Profil nachsehen kann. Das sind Blümchen, Tierchen, ein paar bekloppte Partys und natürlich ein Schlitten und eine Hütte. Und dann weiß der Filmkenner, aha, Rosebud Citizen Kane. Es sind die Bilder einer hohlen Erlebnisgesellschaft, die uns hier eigentlich vorgeführt werden. Das ist wirklich eine Gleichmacherei. Die bunte Welt, für die der Film kämpft, das ist nämlich die unsere. Und so ist es in dem Film, dass man dann sagt, okay, Menschen verhungern. Es gibt ganz schreckliche Ungerechtigkeit, schlimme Kriege auf der Welt, Verteilungskriege sind im Gange. Aber, mein Gott, Hauptsache, es ist doch alles bunt. Hey, alles gar nicht so schlimm. Und diese konsumfreudige Buntheit ist mit einem Fastfood-Lokal letztlich zu vergleichen. Da ist ja auch alles wunderbar bunt, alles sieht nach Vielfalt aus und am Ende schmeckt alles gleich. Der Film will Gleichmacherei und Gleichheit zusammendenken und das ist die übelste Ideologie. Alles soll so bleiben, wie es ist. Politische Reformen oder gar Revolutionen sind des Teufels, um es mit Margaret Thatcher zu sagen, there is no alternative. Und als letztes Feigenblatt wird dann noch rasch Nelson Mandela eingeblendet. Für ein bisschen Toleranz ist man natürlich auch noch. Diese bunte Vielfalt ist völlig unpolitisch. Im Übrigen könnte gerade das Schwarz-Weiß des Films, das ja einen Antagonismus darstellt. Ja, etwas Politisches herstellen. Denn das Politische beruht natürlich auf antagonistischem Denken, aber darauf lässt der Film sich natürlich überhaupt nicht ein. Es geht hier nur um die Abschaffung jeglicher Antagonisten und man will eigentlich nur zu einem bunten Allerlei kommen, in dem wir aber nur noch schauen und nichts mehr sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.